hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge shop titans die zwei sind fertig super werden wir gleich außergewöhnlich robust ein wahnsinn ein wahnsinn so wir werden gleich zu beginn der folge die bank fest machen so wir beginnen hier ja ja wir haben übrigens zwischen den folgen zwischen den vor da ist was kaputt geworden ein so ein amulett das ist schade das ist überaus schade zwischen den folgen haben wir einen neuen helden bekommen so ich zeig mal hier und zwar die gute frau ritter die haben wir zwischen den folgen bekommen ja sie ziemlich heftig aus wenn sie so vor und zurück schwingt das ist gut so bei wem ist was kaputt geworden bei ihr ja nicht ach ja die können wir im moment noch nicht herstellen so wir machen mal die zweite quest auch in amulett gut dass wir eins bekommen haben so die schuhe sind kaputt verdammt so also die schuhe müssen wir ersetzen wir haben auch amulette bekommen ja das ist gut so schuhe schön so dann nö nein ja neue schuhe so und irgendwer wo waren das wo waren das der mönch super gut dass wir die amulette bekommen haben durch zufall so wir haben übrigens 213.000 gold obwohl frau ritter ja auch einiges gekostet hat wenn wir jetzt sagen neuer heldenplatz erst ab level 27 wir sind auf level 25 250.000 also alles was wir tun kostet enorm viel geld und alles was wir tun kostet enorm viel zeit inzwischen also gut 28 minuten das geht ja jetzt schon fast so er wäre bereit frau ritter wäre bereit und die sind auch schon fast fertig das heißt wir können auch hier ans ab abgröden denken wenn wir zum beispiel jetzt in hier nehmen und sagen wir wollen mal abgröden bekommen nicht einmal bis zum nächsten der es ist wahnsinn und geben so viel geld dafür aus das heißt wir müssen uns bemühen mehr zu kaufen kämpfe gegen den boss das können wir auch einmal machen wir müssen uns bemühen mehr zu kaufen mehr zu verkaufen oje aurora hühlen 45 minuten also allein hier 45 minuten und solange müssen wir dann hängen das heißt würden wir das spielen gut wir spielen ohne kristalle und ohne gilde aber würden wir das normalerweise spielen können wir alle 45 minuten etwas tun das heißt das spiel ist wahrscheinlich gut für das handy jetzt nur vom zeitablauf aber am pc so wobei wir spielen ist ja interessant hat einen gewissen charme es ist dieses ja wir klicken umeinander und die grafik finde ich ganz lieb ja ganz lieb halt extrem komikhaft aber süß ja wir werden hier reich so dafür sind die gegenstände die wir inzwischen fertig können fertigen können natürlich auch wesentlich mehr wert so wir müssen irgendwas auf die tische wieder legen da kriegen wir ein abgerollt so upgrade was wollte ich noch tun genau upgrade und dann wollten wir ich habe hier ein paar feine arbeiten für dich natürlich alle in zertifizierte allen qualität ja die sind wir gewohnt ist ausgezeichnet sieben stück gern niemand kann meiner handwerkskunst widerstehen ja wunderbar wunderbar die finde ich gut die eichenstäbe finde ich gut wieder etwas hier für die tische warum weiß gutes so da legen wir gleich messerchen auf dazu so energie kriegen ja besondere hater schuhe ja wir schauen mal dass wir auch energie wieder sammeln damit man da wieder steigen falls wir ein super angebot kriegen so das abgrölt so fertigen hiervon 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 ja komm mach den eispickel mach den eispickel so dann oh ein hämmerchen ein hämmerchen ja wer weiß wer heute noch kommt so so ähm dann können wir genau wegen einer erweiterung brauchen wir im moment noch nicht überlegen weil haben wir in der letzten folge uns glaube ich schon angesehen eine million auf level 30 wahnsinn wahnsinn es ist zu viel ja ich echt zu viel so ja klar kannst du mitnehmen der eichenstab gut dass ellen den für uns vorbeigebracht hat ja nimm ihn einfach so heute ist mein generöser tag so ist nicht wirklich mein stil naja sehr gut ausgezeichnet wir bekommen diese entwicklungsrollen da freuen wir uns auch immer sehr so dann haben wir hier noch wovon wir nichts haben ritter schwert haben wir keines da würde ich noch eine machen vom gladius tatsächlich so eines keines dann produzieren wir das wovon wir nichts haben das produzieren wir damit die auswahl möglichst groß ist ja klar wir könnten auch nur die teuersten sachen produzieren dann würden wahrscheinlich die leute hier auch nur die teuersten kaufen kann man aber so auch nicht sagen weil wanderer stufe 7 ja wir kaufen das mal können wir das gleich unserem mönch anhängen moment äh frau ritter ist unterwegs der mönch ja das hat ihm gefallen so ähm ja achst ja super kaufs nochmal ja das schwein das schwein so gut ähm dann würde ich sagen wir verkaufen noch wir bedienen noch den kunden und dann war es das aber auch für die heutige Folge so und ja dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es wieder heißt herzlich willkommen zu Shop Titans bis dann tschüss tschüss tschüss